Hallo zusammen and welcome by Sylvia G. Wir werden jetzt zusammen ein kurzes Lied einstudieren. Dieses brauche ich oft mit meinen Schülerinnen und Chören beim Einsingen. Dabei werde ich euch auf ein paar Sachen aufmerksam machen. Das Lied heißt People Get Ready und wir werden mit diesem kurzen Lied rauf und runter auf verschiedene Positionen gehen. Ich zeige jetzt einmal das Lied. People Get Ready There's a train coming Don't need no ticket Just get on board All you need is faith To get a diesel humming Don't need no baggage Just thank the Lord On board Wir teilen jetzt dieses Lied in zwei Teile. Das erste, die erste Hälfte. People Get Ready There's a train coming Don't need no ticket 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 Es hat ein paar singen Koppendrinnen People Get Ready There's a train ready There's a train coming Don't need no ticket Just get on board Singend mit mir People Get Ready There's a train coming Don't need no ticket Just get on board Dabei habe ich ein paar Mal dazwischen geatmet. Das hat man wahrscheinlich nicht gemerkt. Ich habe es im Bauch gemacht. People Get Ready There's a train Hier vor dem There's a train coming Ist es passiert Schnell Luft geholt Bauch ist nach außen gegangen There's a train Und mit dem Einsetzen der Phrase habe ich den Bauch wieder reingeholt. There's a train coming Get ready Und mit dem Und mit dem No need no ticket For dem No need no ticket No need no ticket Just get on board Die nächste Position People get ready There's a train coming Don't need no ticket Just get on board Die nächste Position People Get Ready There's a train coming Don't need no ticket Don't need no ticket Just get on board Here People Get Ready There's a train coming Don't need no ticket Don't need no ticket Just get on board Noch eine People Get Ready There's a train coming Don't need no ticket Just get on board Gut, jetzt merkt ihr wahrscheinlich, dass am Anfang People schon etwas schwieriger, anstrengender geworden ist People People Weil Vokal I eng ist Wenn wir auch hier so ein Gefühl der Einfachkeit haben wollen, dass es angenehm ist, dann müssen wir dieses I mit einem E mischen. Der sogenannte Vocal Mixing People Ich sage I, aber ich habe ein E in diesem I. Ich denke an E. Und ich öffne den Mund etwas mehr als nur beim I. I ist es nicht, es ist E. People get ready There's a train coming Coming Man Auch dieses Man ist auch kein Ming, sondern ein Man. Eine Mischung von I und E. Don't need Das ist jetzt einfacher, weil es ein O ist und O ist nicht so eng wie I. Don't need Aber auch hier muss ich sicherstellen, dass ich den Gaumen hoch habe. Don't und Platz im Mund habe. Natürlich Die richtige Stütze, die richtige Atmung. Das alles brauche ich. Und hier Entspannung. Hier auch Entspannung. Das brauche ich alles. Jedes Mal, wenn ich einen Ton singe. Jetzt gehen wir runter und singen den zweiten Teil. All you need is faith To get the diesel humming Don't need no baggage Just thank the Lord Runta People get ready People get ready People get ready There's a train coming There's a train coming Don't need no ticket Just get on board All you need is faith 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 All you need is faith, to get the diesel humming. No need, no baggage, just thank the Lord. Wir können hier auch harmonisieren. Je nachdem, ob ihr die erste, die zweite oder die dritte Stimme singen möchtet, könnten wir das folgende machen. People get ready, there's a train, come in. Das wäre die unterste Stimme, come in. Oder die zweite, come in. Oder die höchste, come in. Und dann habe ich People get ready, there's a train, come in. Come in, come in. Ich kann es nicht dreistimmig singen, aber ihr könnt mit meiner Basic-Stimme eine von den zwei höheren Stimmen probieren. Also mit mir singen und eine von den zwei höheren Stimmen probieren. People get ready, there's a train, come in. Don't need no ticket, just get on board. Oder Get on board, get on board. All you need is faith, to get the diesel humming. Beim Wort humming, come in. Beim Wort humming, come in. Don't need no baggage, just thank the Lord, thank the Lord, thank the Lord, thank the Lord. Und heute probieren wir das auf der nächsten Position. People get ready, there's a train, come in. Don't need no ticket, just get on board. All you need is faith, to get the diesel humming. Don't need no baggage, don't need no baggage, just thank the Lord, don't need no baggage, just thank the Lord. Und heute probieren wir das auf der nächsten Position. People get ready, there's a train, come in. Don't need no ticket, just get on board. All you need is faith, to get the diesel humming. Don't need no baggage, just thank the Lord. Thank you as well. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Tschüss.